Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 06.08.2024. Und unser DAX ist ja gestern, oder Fallschirm, sprichens sind gestern aus dem Flugzeug rausgesprungen, aus der politischen Flagge nach unten. Und die Amerikaner haben jetzt hier den Fallschirm gezogen und wieder gut ausgebremst. Ich hatte überlegt, wie ich die Analyse gestalte. Ich habe in den Kommentaren schon wahrgenommen, dass wieder einige nur die Bruchteile der Analyse rausgenommen haben. Aber Martin hat auch was mit Long gesagt, dass er das letzte gewesen hat, nicht geklappt. Ich werde mir dafür jetzt keine Zeit großartig nehmen, sondern mich um die kümmern, die hier regelmäßig zuschauen und auch unser Wenn-Dann verstehen, die das Szenarien-Denken verstehen und die eben auch verstehen, dass die Chartanalyse insbesondere ein Mittel ist, typische, häufige und regelmäßige Verhaltensweisen im Markt zu erkennen. Eben nicht zwangsweise Ausnahmesituationen, sondern wirklich diese Regelmäßigkeiten, diese typischen Abläufe, eben zu erkennen, die es allerdings eben auch in so einem Übertreibungsmuster gibt. Ja, und dann eben verstehen, dass es eben auch wichtig ist, dass die jeweiligen Trigger-Events umgetreten werden. So wie wir gestern gesagt haben, ich würde Long gehen, wenn er die 37 überwindet, weil er eben dann typischerweise da oben reingehen würde. Wird er aber unter 7.700 eher nach unten treiben. Man hat mir gesagt, kann er in die 5.10 und in die 4.10 rein und sollte da durchspringen, was er getan hat. Hat man gesagt, wäre auch das Gap hier noch interessant bei 17.150, um sich dann hier unten in dem Bereich zu stabilisieren. Habe ich mit der Maus so abgefahren und gezeigt, sind die Pfeile der alten Seminarteilnehmer aus Frankfurt oder der letzten Seminarteilnehmer aus Frankfurt, die jetzt hier beide bedient wurden. Chartanalyse aus deren Seite somit aufgegangen, fehlt jetzt nur noch der obere Pfeil, wann auch immer der sich dann bewegen möchte. Jetzt dazu, was machen wir daraus? Wie gehen wir damit um? Natürlich war das jetzt ein bisschen überraschend, aber man muss eben auch sagen, und das finde ich eben das Schöne an der Chart-Technik, wir haben im Gremiumdienst 8 Uhr gleich das erste Update rumgeschickt und uns angeguckt, okay, was liegt hier unten noch? Wir haben hier das Gap bei 17.150 und dann eben markante Hochs auf der 17.100, 17.50, wo ich Stabilisierung einsetzen kann und wo haben wir es tief gekriegt? Dann schön von der 17.50, hatten dann sogar nochmal vor den Amerikanern geschrieben, hey, aufpassen, da kommen jetzt neue Marktteilnehmer, wenn der von 17.50 gleich auf 17.2.20 steht, dann sind auch 17.350 drin und das hat er gemacht. Natürlich konnte ich euch das so nicht in der Mocken-Analyse mitgeben, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass wir so tief kommen. Aber das ist Chartanalyse und Chartanalyse funktioniert auch an so einem Bereichen halt, in so einem ausgetriebenen. Da bin ich dabei, der eine oder andere Markt, das vielleicht per Nachrichten schneller registriert haben, dass da der Ausbruch unten kommt, aber wir als technische Analysten haben A, immer unsere Varianten mit entweder da drüber oder geht der Long oder der Markt bewegt sich einfach nicht unter unseren Pattern und dann wird aber auch nicht gehandelt. Ja, und das führt zum Beispiel dazu, dass wir auch im Corona-Crash letztendlich nichts verloren haben, weil wir die Bewegung einfach konsequent so abstecken konnten und sagen konnten, okay, wenn das nicht, dann ist eben auch kein Long und so weiter, muss man noch nach unten gucken, so wie wir es ja hier letztendlich auch gesagt haben. Ja, und da freut es mich dann eben auch, wenn Leute wie mein Axel zum Beispiel, die früher hier immer nur auf die Schnauze gekriegt hätten, um es mal so zu sagen, jetzt eben kommen und dann sagen, sie haben hier heute gut was reingeholt und da irgendwie knapp über 5000 Euro Gewinn gemacht, das freut mich dann, das ist dann schön. Und dann muss ich eben auch die ignorieren, die hier wirklich zeigen, dass sie einfach nicht zuhören wollen. Dann ist das so, das ist für mich okay. Wir machen jetzt weiter, wir gucken, wo kann es jetzt hingehen, denn wir haben eine grüne Tageskerze drin. Diese grüne Tageskerze ist insofern sogar relevant, weil diese Spitze hier oben drauf wieder so ein Xetra-Eröffnungs-Darstellungsfehler ist. Ja, also da war kein Handel. Wir haben somit sogar einen Hammer stehen. Und der Hammer erlaubt es uns, oberhalb von dem Tageshoch, was wir hier gesetzt hatten, müssen wir mal einen Zwei-Stunden-Chart reingucken, wo das jetzt genau war, oberhalb von, na wo ist es hoch, 17,423, oberhalb von 17,23 sogar weiteres Erholungspotenzial wahrnehmen könnten, eben rein in die 510 noch, das wird von unten jetzt auch nochmal knackig, ähnlich wie die 200-Tag-Linie, die von unten auch schön angelaufen wurde. Und was wollte ich jetzt sagen, die 510 wird von unten jetzt nochmal wichtig, wie die 200-Tag-Linie. Und darüber hinaus dann eben auch die 600, das Tief hier bei, äh, was haben wir hier, 620, das sind jetzt nicht alles die wichtigen Punkte hier. Ähm, wartet, 623, 620 können wir sagen und der Gap-Kloss um die 700 rum. Das sind jetzt die Stationen, die von unten angelaufen werden können. Entwarnung kann man Stand hier noch nicht geben, also man kann jetzt noch nicht sagen, hey, hier, Feuer frei oben raus, kann gut klappen, wird auch absolut zum Stimmungsbild passen, wie die Leute auch schreiben und kommentieren, da ist schon mächtig Druck drin und vor allen Dingen auch so viel Aufmerksamkeit drin. Das habe ich selten so wahrgenommen, wie hier. Selbst im Corona-Crash nicht so krass wahrgenommen, wie das jetzt hier gerade ist. Mein Nachbar hier hat mich angesprochen, meine Schwiegermutter, die hat sich noch nie mit mir und Praktien unterhalten, ähm, hat jetzt hier was geschrieben mit, ja, und in Japan und, äh, das größte Börsen-Einkrechen wie 2008 und, ähm, das, 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 das stimmt mich doll vorsichtig, ähm, dass der hier wirklich nach oben jetzt, ähm, in die Erholung gehen kann. Aber ich sage es eben auch ganz klar, ich will von ihm Belege dafür haben. Ich gehe nicht blind long, wenn der hier einfach nach unten wieder zurückschweift und weiter in die Tiefe schrubbt, weil dann eben nicht die nächsten Ziele auf der Unterseite angeklackert werden. Ist der aber über 350, über 400, räume ich dem Lockhouse-Potenzial ein, die 510 noch anzuklackern und auch so eine Sachen wie 620 und den Gap-Close hier zu erreichen. Und wenn er das schafft, ist auch dann die 850 noch drin. Ja, also das wird er in einem Zug dann wahrscheinlich schon machen. Ja, Gap-Close und da oben noch drüberflatschen. Ähm, würde ich mich deswegen oberhalb von 400 eher auf der Oberseite orientieren, möchte das aber auch aktiv sehen. Und, ähm, wir hatten gestern gesagt, dass hier wahrscheinlich auch eine kleine Seitwärtsphase einbauen kann. Gerade an der 200-Tage-Linie muss man mit sowas rechnen, dass der Tag dort auch zwei, drei Tage einfach festklemmen bleiben kann. Würde sich natürlich eignen, zwischen 510 oder vielleicht eher sogar 620 und 410 dann hin und her zu pendeln. Ja, sowas muss man jetzt ein bisschen mit einkalkulieren und gucken, wie sich dann eben die Signale an den jeweiligen Marken bilden. Aber das sind die wichtigen Punkte, von unten kommen. Ähm, sollte er schwach notieren und in die Tiefe starten. Gerade eben unter 300 bin ich so ein bisschen, haben wir auch im letzten Update geschrieben, bin ich so ein bisschen, ähm, eher kritischer und würde unseren DAX dann tatsächlich, ähm, auch nochmal Richtung 200 sehen und fällt uns die 200, so 230 dann hier. Das ist das Eröffnungsniveau, auch lustigerweise die Eröffnungsniveau von der starken Kerze gewesen. Ähm, sollte er da auch wieder drunter fallen, muss man sogar nochmal mit neuen Tiefs rechnen, weil wir ja das Seitwärtsmussel verlassen haben und wir haben gestern gesagt, das kann durchaus einen Abwärtstrend etablieren, der dann eben noch weiter gehen kann. Und weiter gehen kann heißt dann, dass wir hier nochmal drunter gehen, auch unter die 17.000 nochmal tippen. Das ist natürlich freilich eine schöne, das ist eine richtig schöne Supportpassion, die kann uns aufhalten. Aber wir haben auch unten hier oben, äh, wir haben hier eben auch noch unten schöne Gaps, wie zum Beispiel dann bei 16.652 und das ist dann durchaus noch machbar. Ähm, haben hier Aufwärtstrendlinien, die dann 16.500 kommen. Da liegt auch, glaube ich, irgendwo die Jahreseröffnung. Ja, das ist ja auch immer nochmal manchmal so ein gern angelaufener Punkt. Muss ich mal kurz gucken. 22. Dezember. Wir hatten den 2. Januar hatten wir Eröffnung 16.800. Ja, also das sind 16.800, also die Jahreseröffnung sind dann schöne Stationen, die dann eben noch kommen können. Das ist soweit die Betrachtung, ähm, von dem, was wir jetzt haben. Wie gesagt, über 400 für mich eher Erholungspotenzial, insbesondere wegen der grünen Tageskatz, insbesondere wegen dem Hammer, wegen der Aufmerksamkeit, die war, die Bild hat getitelt, 15.30 Uhr, hier brechen die US-Börsen zusammen. Ich habe auf Facebook Leute gesehen, die haben ihre Depots komplett leer gemacht, äh, vor US-Börsenstadt, wo es wirklich war, ist nicht geschwindelt. Ich habe Leute gesehen, die haben mir geschrieben, sie haben ihre Depots jetzt geräumt, äh, sie kaufen dann günstiger nach. Also da gehen bei mir wirklich die Alarmglocken an, dass das hier eben weiter hochgehen kann und auch die Stimmung. Ich habe es euch vor Wochen schon angekündigt, es wird bald wieder rauer werden, insbesondere wenn wir hier unten oben an die Auflösung rangehen. Ist auch jetzt genau auf dem Punkt, war sie gestern auch schon, ja, also am Vortag, Freitag, definitiv schon, aber das sind jetzt hier auch ein, zwei, drei Tage, die jetzt hier ein bisschen, ähm, ausgerissen sind, äh, das muss ja so nicht bleiben, ja. Dennoch, Risiko ist drin, ja, wir können uns nach unten orientieren, wir haben die Möglichkeit zu shorten, als Trader, äh, sind uns die Mittel dafür gegeben, ja, aber über der 400 würde ich ihm erstmal jetzt Erholungsraum lassen, in die besagten Marken rein, plane eben aber auch, dass das hier ein bisschen hagelig werden kann, ja, ein bisschen hin und her laufen, ja, und das heißt, ich muss jetzt hier nicht unbedingt alles durchschalten, dann kann er vielleicht auch mit kleinen Teilverkäufen arbeiten, dann tiefer wieder was zurückholen, ähm, da kann man, kann man schön spielen, die Volatilität ist ja geil, ja, also für Trader ist das wirklich, das gefällt mir tausendmal besser, wie das hier, ja, also ich möchte hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.